Liebe Studierende, herzlich willkommen zum Sommersemester 2022 an der TU Dresden. Dieses Semester steht, wie lange nicht, in vieler Hinsicht im Zeichen des Miteinanders. Miteinander auf dem Campus. Obwohl die Pandemie langsamer abhebt als erhofft, ist es uns nun wieder möglich, die Übungsräume, Seminarräume, IT-Räume voll zu besetzen. Und auch für die Hörsäle ist die doppelte Kapazität verfügbar im Vergleich zum Wintersemester. Das erlaubt uns fast alle Veranstaltungen wieder in voller Präsenz anzubieten. Wir wollen natürlich nicht die vergessen, die aufgrund persönlicher Lebensumstände nicht vor Ort teilnehmen können und diese mit hybriden Formaten einbinden. Wir freuen uns auf intensiven Austausch und Diskussionen miteinander auf dem Campus. Natürlich zu aller Sicherheit unter entsprechenden Hygieneauflagen, wie dem Tragen von FFP2-Masken. Miteinander im Lehrleitbild. Im Februar haben alle Statusgruppen im Senat einstimmig das Lehrleitbild der TU Dresden verabschiedet. Mit einer Vision, die die Vielfalt der Lehrenden und Studierenden in den Blick nimmt, die den offenen Diskurs, kritisches Denken und Selbstreflexion fördert und die individuelles und flexibles Studium ermöglicht. Nun wollen wir auf der Basis dieses Lehrleitbilds unsere Lehre in der Lehrstrategie Studium 3.0 gemeinsam weiterentwickeln, beispielsweise in Formaten, in denen Lehrende und Lernende gemeinsam die Verantwortung für eine gelingende Lehre übernehmen. Miteinander in der Beratung. Für viele von Ihnen wird dieses Semester das erste Präsenzsemester sein. Manche kehren wieder in die Präsenz zurück. Die Fristen laufen wieder an. Vielleicht müssen Prüfungen nachgeholt werden oder zurückgegebene Prüfungen wiederholt werden. Es gibt Fragen zum Studienstart oder auch zum Eintritt ins Berufsleben. Für alle diese Fragen wird unser vielfältiges Beratungsangebot auch in gesundheitlichen Fragen wieder für Sie in Präsenz da sein. Angefangen von den Erstsemestereinführungen der Fachschaften über die zentrale Studienberatung, das Service Center Studium bis hin zum Career Service. Miteinander von Menschen für Menschen. Der brutale kriegerische Überfall Putins auf die Ukraine macht uns tief betroffen. In seiner Folge fliehen nun Studierende verschiedener Nationen zu uns. Wir bemühen uns intensiv darum, allen bedrohten oder vom Krieg betroffenen Studierenden eine Perspektive in Dresden zu erschaffen. Insbesondere fortgeschrittene geflüchtete Studierende erhalten, gerade wenn sie noch nicht alle sprachlichen oder fachlichen Voraussetzungen für ein reguläres Studium haben, über unser neues flexibles Austauschstudium eine wichtige Brücke perspektivisch in das reguläre Studium. In unserer Mailingliste WeCare Engagement können sich alle eintragen, die beim Ankommen und Eingewöhnen helfen wollen oder die sogar bereit sind, längerfristig in unserem Buddy-Programm die hier Angekommenen zu begleiten, als Studierende für Studierende, als Menschen für Menschen. Lassen Sie uns gemeinsam Signale des Willkommens setzen für alle, die zurück sind auf dem Campus oder neu auf dem Campus. Das Semester soll im Zeichen des Miteinander- und des Aufeinanderzugehens stehen. Herzlich Willkommen zum Sommersemester 2022 an der TU Dresden.